Willkommen zu Portal 1. Portal 2 wollte ich schon sagen, Portal 1, ne? Ihr werdet mich hassen, aber ich spiele dieses Spiel blind. Neues Spiel starten. Kapitel 1. Ja, ihr werdet mich dafür sicher hassen, so ein Spiel blind zu spielen. Ich habe Portal 2 auch noch nicht im Singleplayer gespielt, sondern erst im Multiplayer, von daher wird Portal 1 und 2 für mich blind sein. Von daher wird es noch ein lustiger für euch, mich beim Fehlen zuzusehen, wenn ich irgendwas nicht begreife. Wir wachen auf und es ist in 55 Sekunden geht die Welt unter. Radio, sag mir, was ich wissen will. Okay, nein, nein, es will nicht mit mir reden, es will nicht mit mir reden. Wir müssen es verstecken. Nein, nein. Ja, woher ist eine Stimme? Your specimen has been processed and we are now ready to begin the test proper. Before we start, however, keep in mind that although fun and learning on the primary goals of all enrichment center activities, serious injuries may occur, for your own safety and the safety of others, please refrain from your edge. Ich nenne das Radio Flipper. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, Frohes Neues! Nein? Okay. Radio, gefordert, erkundigt Lage. Und du auch Klemmbrett. Na, wie ist die Lage da drüben? Alles sicher? Okay, dann komme ich raus. Klemmbrett, wo bist du hin? Das Klemmbrett, es wurde aufgefressen. Radio, rette dich! Nein, okay, ich nehme das Radio mit. Ich nenne es Flipper. Flipper, mein Radio. Ach ja, ich habe schon viele Abenteuer erlebt. Aber. Mein Auge hat getränt. Das ist so manchmal, wenn man Brillen dreht oder sonst irgendwie kontaktiert. So. Fertig. Rezogelöst. Das Radio ist nicht schwer genug, dann nehme ich es mit. Lass mich raten, ich muss diesen Block auf diesen Punkt stellen. Also, wenn ich dafür kein Lob bekomme, dass ich das... Radio, du gehst vor. Flipper. Wenn sich Flipper aufhört, was passiert da mit mir? Ach, gar nichts. Okay. Flipper. Ja, das Radio Flipper verloren, das ist ein tragischer Verlust für uns alle. Aber wir haben hier Aperture Labor. Ach, egal. Irgendwas mit Aperture. Aperture Science. Ah, da ist eine Eins. Eine große Eins. Von 19. So. Buh. Nein. Da ist auf jeden Fall ein Cube. So. Bin jetzt hier eingesperrt. Anscheinend wechselt das andauernd. Das heißt, jetzt kann ich wieder durch und bin hier. Anfangsbereich. Das heißt, jetzt müsste ich wahrscheinlich das da drauflegen und dann wieder durch. Und dann sind wir drüben. Das war ziemlich leicht. Ja, sogar ich verstehe sowas. Ich bin selber gerade überrascht. Nicht nur ihr. Nicht nur ihr macht große Augen. Den Fahrstuhl mag ich. Mit überdreißen ausgestattet. Lade Daten. Das ist immer noch mein Lieblingsspiel. Lade Daten. Oh, nächste Etage. Hallo. Zweitens. Da ist eine Kanone. Ich will so Kanone. Hallo. Weil wir Freunde sind. Lava ist zu viel. Wollen wir Freunde sein. Okay. Er redet trotzdem von viel. Du Kanone. Was ist denn jetzt los? Ich verstehe es nicht. Es dreht sich. Hallo. Schnell durch. Oh, wir haben die Kanone. Wir haben die blaue Kanone. Wir haben die blaue Kanone. Heißt das, wir können jetzt blaue. Ich möchte. Die rede zu viel. Autosprache Deutsch. Ich muss jetzt spielen euch da. Dann mache ich gleich auf Deutsch. Ich glaube auf Deutsch ist das irgendwie cooler. Ne? Ähm, ja. Okay, ich habe es verstanden. Okay. Ich war gerade verwirrt. Das heißt, wir müssen jetzt gleich auf Deutsch schalten. Ich glaube, da verstehen wir auch mehr. Ich glaube, die sagt aber auch immer ganz viele tolle Dinge, worüber sich immer alle freuen. Deswegen muss ich gleich im zweiten Part auf Deutsch schalten. Schalten. Ja, ja. Ich habe Absicht aufgehört zu reden. Da kommt auf jeden Fall ein... So. Mann, das war echt heftig. Ich finde, die Anfallsteste sind ja irgendwie gar nicht schwer. Das finde ich auch nicht schlimm. Das heißt aber sicher, dass der Rest sicher voll schwierig wird. Wird, 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 nein. Kann ich wieder schon mal Untertitel anmachen auf Deutsch, wenn ich das schon mal habe. Ich sehe auch auf Englisch, ne? Hm. Der kommt da oben dann raus. Und ich will da rüber. Das heißt, wir gehen so. Tada! Test 1, glaube ich. Ich habe den nächsten Test erfolgreich bestanden. Und das heißt, ich bin voll cool. Ach, da unten steht jetzt auf Deutsch. 2, 1. Hallo. Freiheit. Im nächsten Pass sehe ich dann die Audi auf Deutsch. Tut mir wie gesagt sehr leid, dass das jetzt in dem ersten Pass auf Englisch ist. Ich hoffe, ihr werdet es mir verzeihen. Ich habe heute schon Minecraft aufgenommen und Terraria. Eigentlich. Da ist sie so eine Kugel aus Half-Life. Total unoffensichtlich, ne? Man weiß, man merkt überhaupt nicht, dass das so sein soll. Die redet man schon mal echt verwirrt. So, und oben sind wir. Tada! Ich habe eine SMS. Wir warten, dass erst mal diese blöde App-Shot. Aber wir sind die Tests lustig. Auch, weil ich alles begreife. So, und haben therefore been disabled for your safety. Buh. Ja, Buh. Ja, Buh. War das dumm, oder war das dumm, hä? Hä? Muss ich da überhaupt rüber? Ja, muss ich. Ist doch klar, da ist ja das Ding da. Mann! Pascal. Du und deine Logik. Oh. Naja, das ist glaube ich mir so schlimm. Wir sagen, wir sehen uns dann im nächsten Pass wieder von Portal 1. In der Stelle hier. Bis dahin. Ich muss jetzt auf Deutsch schalten.